So, da sind wir wieder. Let's show Mass Effect Welt. Diesmal geh ich hier wieder runter und geh zu den Fahrzeugen und zeig dann eben das Außensach. So, ich verliere jetzt ne Sterbe. Ja, ich gleich auch. Hier draußen, das ist von einer riesigen Mauer umrandet. Mann! Das ist vorher mit Kreativ gehen müssen, wenn wir uns ins Essen machen. Ja. So, da hinten ist... Ah, warte mal. Vielleicht finde ich im Dorf ein bisschen Essen. Warte. Was ist das? Wo bist du? Aus dem Teil heraus, wo du bist. Verliere es immer zu. Ja, hier gibt's Weizen. Jetzt hole ich. Puh, sonst werden wir Fahrungen hat. Ja, ich höre sie. Doch, die sind alle noch ganz reingereift. Das ist Weizen, komischerweise. Schmiede. Das aussieht wie Blumen. Das finde ich ein bisschen blöd an dem Texchapek. Sonst finde ich, es ist ein normales Texchapek. Manchmal sieht das ja natürlich aus. Boah, ey. Ich... Ich... Jetzt mich mal... Ne, ich muss jetzt gerade erstmal ne Werkbank bauen und mir Essen bauen. Ich sterb fast. Ja, mach mal. Und zu Schmied? Nein? Nein. No. Komm mal zu mir. Ja. Ich versuch's. Ich verliere den Stimmen. So, ich fange mir auf ein bisschen Walzen. Mal an. Ich bin nicht wirklich gut. In dem Spiel? Ja, Ronin, der spielt sowas nicht, der spielt lieber, der spielt zu so. Achso, Ronin spielt zu Hause Wii. Na, achst du das? Na ja, klar, spielt zu Wii. Ey, du hast doch eine Wii. Oh, ja, hab ich Wii gespielt. Ja, aber er hat eine Wii. Oh. Und wenn sich Mike dieses Video anguckt und darüber lacht, dann mach's besser mal. Na, Ronin? Ja. Ich, wenn überhaupt, ich spiel eigentlich gar nicht mehr Wii. Wie hab ich hier früher verspielt? Ich spiel eigentlich gar nicht mehr. Ich hab's jetzt auch mal zum... Junger Dorfbewohner. Alter, die bedrängen hier vorher. Wo bleibst du? Bist ja schon fast wieder verhungert. Hm? Achso. Schlaf kurz in meinem Bett. Ja, warte, ich komm jetzt. Und so schlecht, um mein Leiter noch zu kasseln. Das wissen wir alle. Ja, da kann ich besser kämpfen. Nr... Wundern sollen wir gleich noch Skylbum zeigen. Wo bist du hergegangen? Da. Hm. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt abbrechen? Ne, wir können ja noch. Äh, ein bisschen eine Londschaft rumlaufen und sowas. Tschüss. und zum Ausrüstung und so mit Spitze kommen sein und mir ohne und zu mir das ist schon rausgenommen vielleicht ich komme jetzt zu dir so mir reicht das jetzt das sind richtig geile Berge boah ich komme mir nicht klar in dieser Welt ja ich bin drin Skybum zeigen wir glaube ich dann auch im Kreativ weil Skybum ist eine viel größere Welt und da gibt es überall Dörfer und sowas und wie viel und wie kommt ach und wie kommt ich muss von Tora spinnen ich kann die mehr schnell laufen ich sehe deine ich sehe deine ja weil du Hunger hast so ich sehe deinen Namen siehst du meinen Namen? bleib doch mal stehen ja nicht hier unten ich hoffe eigentlich jetzt gerade im Kreativ vorbei ich glaube es wäre besser wenn wir ich lasse mal den Kreativ zu zeigen ich lass mal den Kreativ explodieren ist da jetzt noch ein Loch ne ich sehe dich bleib da mal bleib da mal wieso du bist da ist das? boah ich bin fast tot ha 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 hast du gerade gesagt ich hab so den Schuss zu kennen ich schlafe nur kurz hier drin damit ich die Schuss nicht wegsborde lol oh ich werde hier oben eh wieder sporden also diese Welt die bietet sehr viel ähm ja ja man kann rumlaufen und sowas aber man hat nicht so viele Sachen deswegen sollte man sich überlegen ob man sich die holt das Texture Pack ist zwar gut zum Raum wo bist du? aber zum Raumschiff verbauen aber nicht so gut in Survival so Ronin wo bist du denn? ich baue hier meine Truhe ne? äh ich ich kacke ich wollte eben nur noch um ja ich packe einfach mal alles hier rein und dann will ich mich mal töten hier gibt es nichts zum abbauen also ich weiß nicht wirklich noch deswegen überlegt es euch ob ihr es wollt oder cool doch ich bin fast tot ja ich kämpfe jetzt gegen den Prüfer ja ich auch tja und lebt noch mehr oh man wir sind so schlecht ne? Springer komm ich mal den Prüfer jetzt haltend komm ich mal den Prüfer jetzt haltend und du hast überlegt? komm helfe ja ah tja helf mir ja komm auf da komm auf da oh nein er hat ein Mini gespringt er hat einen Block da gespringt er hat einen Block da gespringt komm wir kämpfen gegen die Monster da ich nehm den Zombie alter eine Spinne ein und dann bist du nett locker jetzt erst den Zombie oder die Spinne die Spinne ich bin fast tot ach das Skelett schießt mich die ganze Zeit ab ich bin fast tot die Spinne ist tot ne ich aber auch gleich Vorsicht du bist auch gleich tot ich traue mich schaff das YOLO ach komm ich hab ihn getötet ich hab dich gerecht Mann das ist noch ein Skelett ich seh dich das macht kurz den Zombie Ups oha guck mal komm komm one hit geh mir aus dem Weg ha 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 oh my god komm 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 ne ich bin da das ist Sitz wer oben bleibt oben der Rassismus beachten Zorni RM wirst du da alles in Blatt zu dir an Zürich und vor Passover ist ja kaum Ich muss nicht gehauen, oder? Der Zombie ist fast tot. Hau ihn! Wir beide, die uns jetzt sterben. Das ist voll geil. Es ist ein bisschen dunkel gerade hier. Ja. Wenn es Tag ist, machen wir die Folge auch, glaube ich, zu Ende und dann... Warte mal kurz, Aronen. Ich komme. Ich fehl zusammen mit dir. Alter! Lass sie vom Monster töten. Ja, warte. Hm. Ich krieg hier schnell abwachen. Ich hasse das hier drinnen. Wir müssen... Warte mal, ich lass mich hier im Abwag... Ich lass mich hier im... Abwagern schießen? Im Zombie haben wir. Töti! Ja. Achso, ja, ich komme auch. Stell dich schon mal dahin. Jumpen wir zusammen runter. Töti! Töti! Das ist so... Wir sind so schlecht. Komm. Warte! Warte noch nicht! Warte, warte, warte! Warte! Was ist denn denn? Noch nicht springen. Einfach hier so hinstellen und dann runter springen. Wo denn? Da! Wo du sonst immer standest! Los! Ich stelle mich da hin. Nein, du hast... Tja. Ich zieh dich ab. Oh. Okay, komm her. Hey! Hey, schnell! Schieß mich ab! Boah! Boah, ich bin fast tot! Aber du auch! Weiß nicht! Das ist ja volles Leben! So, ich hab dich verloren! Nein! Nicht abschließen! Nicht ihn abschließen! Irgendeiner muss mich hier treffen! Wir haben zur Spinne! Vorher werde ich dich tauchen! So! Ja! Ich hab dich getötet! No, no! No, no! No, no! Du stirbst! Ja. Von der Spinne aber noch. Du stirbst nicht. Komm her! Yeah! Pippa! Komm, tötet ihn! So, jetzt stirbst du! Du hast keine Chance gegeben, ne? Keine Chance! Eine Wette! Ich hab auch Rückstoß! Voll gar nicht unnecessary! Mach nur einen Handwette. Dann nimmst Du dir da nichts raus! Tja! Kies! Wo ist das? Nein! Sophie! Dann dreht mich sofort auf. New York zeigen. Da haben sie das glaub ich besser. Lass ihn in Ruhe, Somebody. Mein Skill ist so behindert, ne? Den Skill? Meinst du ins Kind? Oh, Skill. Scheiße, das sah voll geil aus, du springst so, Batsch! In den Kopf reingeschossen. Komm, ich stimm mich nicht drauf. Du wirst mich nicht töten ohne. Du wirst mich nicht töten. Nein! Schieß mich ab! Schieß mich ab! Schieß mich ab! Ich komm glaub nicht klar. Können jeder andere mal spielen. Was denn? Sollen wir das Game Room zeigen? Ja. Hiermit beenden wir die Show. Tschüss, tschüss.